so los geht's mit dieser spaz was das hier wird ein bisschen als spaß und los geht's guten armen stinken alter mann ist ein penner so hier ist das nöbelwald ich kann das übrigens überhaupt nicht das ist einer der wenigen versuchen der casual mann gehabt um mal die zeit ein bisschen zunehmen viel optimierungsbedarf aber das ist jetzt mal egal ich hasse diese raupe ich hasse diese raupe und diese raupe hat sich sogar noch mehr ich habe auch schnellste boss ist nicht nur langweilig sondern auch ein arschloch jetzt machen wir auch mal irgendwann mal verjahmen machen das war gut das war besser als der erste versuch schnack vernünftig weitermachen jetzt ist es das bossige spielzeuglevel genau ziel wäre es jetzt prinzipiell mal einen run lang nicht darauf zu gehen wie es so wird so oben wäre jetzt ein stern die ich zwar vermutlich gut gebrauchen könnte aber natürlich sind was die zeit kostet so stirbt dämliches pferd äh du sollst sterben so kann ich mal es ist trotzdem dämliches pferd du stirbst aber normalerweise das ist aber auch ich bin scheiße wenn ich in diesem pisslöl jetzt sterben möchte ich nicht rum bin ist ja ein bisschen bitter Energie ja noch ein bisschen vorsichtiger sein die Münze ne scheiße wachs ja nicht mich umzubringen nämliches dreckspferd das kostet auch keine zeit so es folgt Figi der Clown ich glaub den hasse ich am meisten von allen entgegnern nicht dass er schwer ist sondern ein bisschen effig ja stirbt oh es geht am liebsten mag ich die Schokolade warum erzähl ich euch später so wie viel aber so wichtig ich so ich f ich 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 du du Das war's für heute. Leute, ist abgerutscht hier vom Controller, ganz stark, stirbt ähmlicher Bonbon, Scheiß, was da war das, ja hier zu stirbt ist natürlich besonders für den Autoscroll-Pass, wie er machen muss Das ist ein Sprung Hä? Doof? Achso, ja Huch Hier ist ein Finger Oh, Kuchen Na gut, in diesem Level gibt's nicht viel zu sagen, relativ alarm Kann man vermutlich so viel Zeit sparen, wenn man's kommt Stirb du Scheiß Vermutlich ist das Teilzeitbeständnis mitzunehmen Oh, sag mal Oh, ich will hier die Energie So, guten Zeit Schon mag ich den Gegner, wenn man bei dem gut rauchen kann Ah! Nicht doof Ja Vermutlich kann man ihn bedeutend schneller bestiegen, aber Ist mir egal Das guck ich mir später an Hm 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 Oh Gott Wie viel Zeit kostet das jetzt? Halbe Stunde Halbe Stunde Hm Ich lass diese gehen Hm Hm Also das ist übrigens pickig die Schokolade Können wir fast tot Hm 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 Hast du das schon? Boah, Leute Boah, Leute Boah, Leute Boah, Leute Ich will echt nicht wissen, wie viel Zeit das jetzt kostet Na los, mach hin Wir essen zeitig Hm Achso Mach halt Aber ist ja auch egal Ich sag mal, welches Rekordpreis ist jetzt ohnehin nicht über die Gronen Danke Oh Gott Ganz eine Minute weg Ich krieg den Piss Ich weiß, Dinger Hm Ich weiß Speedrun nenn ich das, ne? Naja, was sonst Machs gut Schraube Machs gut Schraube Die mag ich Die bringt sich selbst um Steht Achja, hier kann ich eigentlich Achja, hier kann ich eigentlich Weil das so scheiße läuft Weil das so scheiße läuft Ich weiß nicht, schafft man den Sprung vermutlich, äh, dass mir zu was kommt Ich müsste jetzt schon der Dinge da nochmal komplett von vorne anfangen Wieso funktioniert das manchmal auch manchmal nicht Wieso funktioniert das manchmal auch manchmal nicht Wieso nicht Schraube Oh, ein Zahnrad, das ist ein Zahnrad, wieso nenn ich das mal Schraube Wieso bringe ich Micky um? Ist doof? Ist die aus zu essen? Wieso bringe ich Micky um? Ist doof? Ist die aus zu essen? Wohin Na los Vermutlich Mit diesem blöden Vogel da so hoch springen Zeit zu sparen Na komm König doch Ein bisschen auf Energie aufpassen Ist ärgerlich nochmal zu sterben Na, ist doch egal Muss ich ihn halt mit zwei Sternen besiegen Sollte kein Problem sein Aber das habe ich bei der Schokolade auch gedacht Das ist übrigens die Fick-Uhr Ne, Fick-I-G-Uhr Entschuldigung Fick-I Ich glaube auch, dass man die bedeutend schneller besiegen kann Aber das ist mir egal Na komm Ist eigentlich sinnvoll diese Dinger zu töten Und über sonst nichts zu tun Schmeißt du deine Zahnräder off-screen? Bist irgendwie gemein Na los, komm mal runter Geh doch Zack Ich hab dir ein bisschen Zeit gemacht Zigarette brenne ich eigentlich hier Booty Es folgt ein persönliches Hasslevel Ich hasse dieses Level Ich weiß nicht warum Das ist hübsch Weil es sind so viele Fick-Gegner da Diese Fick-Raube zum Beispiel Dieses Fick-A Was ist das? Was sind diese Dinger? Was springen diese Pisse hier rum? Was? Ja, ist immer noch schwer zu gewinnen Die Pisse einzusammeln Boah, diese Fick-Flugzeuge Hier kann ich auch einfach durchlaufen Was bist du echt denn hier? Das ist Quatsch Ja, bring mich noch um, du blöde Raube Echt jetzt? Da ist was zu essen drin Ja, Münzen, danke für gar nichts In den Kisten ist bestimmt irgendwas zu essen drin Oh Dank übrigens Oh, Leute Was ist denn drauf? Oh, so eine Pisse Ich trau dem Rat nicht Ich hab mich eigentlich lieber Ja, ich töte mich lieber schnell selbst Weil dann muss ich da gespawnt werden Bei dem Kostet mich nur 5 Sekunden besser Als wenn ich gleich sterbe Weil mich das 40 Sekunden kostet Oh, ich hasse diese Noten Ah Ich dachte, das wäre die nächste Was mir lausert ist Hä? Das ist paranoid hier Was ist das? Das Buch? Also Fiki, das Buch ist so ziemlich der leichteste Gegner im gesamten Spiel Kann man gar nicht sterben Kann man gar nicht sterben Gib mir ein B Jawoll Gib mir ein A Ha Ha Das war jetzt noch geworfen Gib mir ein A Ey, ich hab gesagt ein A Geht wohl Na ja, stimmt Durch den Tod Habe ich ein bisschen Zeit gewonnen Aber trotzdem Zeit gewonnen Scheine ist sowieso das dämliche Schloss Wie die Erdbilder laufen Oh, Fiki, der Hexe kann man so viel Zeit verlieren Zieh durch Auf nach Valhalla Gay Pride Keine Ahnung, was der Regenbogen so bedeuten hat Los geht's Ffff 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 Das hängt jetzt eh alles an Einmal an dem Fick Geister Level Aber diese Spinner, ja los Jetzt kommt runter hier Ach jetzt Jetzt, ne Keine scheiß Münzen Ich will kuchen Hä, wieso mach ich das? Vermutlich ein Wasser. Ja, Kista, hast gedacht, dass ich darauf reinfalle. Denkst du jedes Mal. Nee, nee. Ach, scheiße, hier geh ich ja jetzt drauf. Ja. Bist du wieder zurück? Oh, ich hab Kuchen, Gott sei Dank. Hm, oh Gott. Das kommt nicht. Schön, dass man nochmal Zeit hinlässt. Jetzt geh hier bei der Fickspinne drauf, ne? Mein Gott, bin ich gut. Oh, das kommt mal runter. Kommst auch eh jetzt runter, wenn ich... Hallo. Ja, ich hasse diese Dreckspinne. Ich will mir mal ein bisschen kuchen. Ich bin Bock, jetzt zu sterben. Ich hasse dieses Löw. Ich spür, ich hasse es. Gut. Komm an. So beeile ich mich überhaupt, das Autoscroll-Level. Muss ich wieder eine rauchen. Na, ich rauche sehr viel. Ich schwöre, ich hasse diese Geister. Fickgeister. Seepferdchen. Häufigste Gegner im Spiel. Nimm dies. Stark. So. Oh, was? Vielleicht war es das dümmste, was ich mir jetzt getan habe. Oh, man denkt ja. Schau. Oh, ich schwöre, ich hasse dieses Level. Hier, lass mich noch beim Stein stehen, weil ich so faul bin, den hochzuheben. Oh, Leute. Was mache ich denn? Wir sind immer noch auf gutem Weltrekordkurs, nehme ich an. Ich glaube, zehn Minuten rüber oder so. Jetzt vernünftig. Das geht. Also dieses Ding zuerst werfen, wenn die Wand da ist. Jetzt kommt noch so ein Fittgeist. Ich hasse dieses Scheißding. Oh. Und wir haben wieder hoch zuerst. Oh. 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 Let's. Oh. 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 Gut war das knapp Aber gut, der größte Spaß kommt ja jetzt Der fickt Drachen Oder auch fick ich der Drachen Wie sollst du schießen? Doch nicht auf mich Ich kann das den ganzen Tag tun Na gut, dabei gehe ich zwar drauf, aber Das geht auch nicht Ich will meine Tonne wieder haben Was Leute, was ist denn das? Hier, schieß hier Doch nicht da hin Jetzt klappt es wieder Das versteht kein Mensch Aua Vielleicht geht es hier auch noch drauf, geh Tu uns doch allen ein Gefallen und Stehe Geht doch So, jetzt muss die Hexa noch gelaufen haben Oh, ich bin jetzt schon hinter meiner eigenen Zeit Ein bisschen Glück Ein bisschen Glück klappt die Strategie, sie mit ihrer Lampe zu verprügeln Und nicht zu beschmeißen Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus Ach, ganz stark Oh Gott Du blödes Katzenstreu, das da rumfliegt Ich schwöre, ich hasse dich Alter, stinkende Frau Was ist denn mit dem Typen zusammen ist, der wohl im Schloss wohnt Alter Alter Gantt hier nicht nochmal bei dir sterben Ich hab gesagt Uah Nein Come on Und stopp Das ist ja eine Minute langsamer So Ja, das hat Spaß gemacht Eigentlich nicht Micky kriegt Sex Weiterhin Das ist wenigstens einer Ja, das wurde wieder Kann man nichts machen Nächster Versuch Ich verabschiede mich Bis später Ja Ja, das war so Ich hab so Ja, das war so Ich hab so